Und ja, dann haben wir uns überlegt, wenn Lena beim nächsten Eurovision Song Contest für alle 33 Teilnehmerländer antreten wird. Lena als Interpretin für alle 33 Länder? Ist das ihr Ernst? Ähm, puh, weiß ich nicht. Mein Ernst, sein Ernst, das ist alles so fitzi, schnitzi. Wenn ich für Lena mal eben die Frage beantworten darf. Über den genauen Modus sind wir uns noch nicht ganz klar, aber es wird im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder eine Castingshow geben. Schon allein, damit ich wieder Gebührengelder von der ARD abgreifen kann. Ja, und ja, ich schlage vor, Lena rotzt einfach 33 Songs runter und sie zu Hause stimmen ab, für welches Land sie welche Scheiße singen soll, oder? Ja.